Ich dachte, okay, wieso ich? Also was habe ich dir jetzt getan, dass du meine Bilder nimmst und dir denkst, ja man, lass sie mal erniedrigen. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr das gesehen habt? Ich war geschockt. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich ehrlich sagen. Dieses Gefühl von, jemand hat meine Privatsphäre angegriffen. Also die Bilder sind von Januar letztem Jahr, so also knapp 17 war ich da gerade mal. Dieser Gedanke, da sind halt auch Bilder, die ich schon vor längerem von Insta gelöscht habe, also schon vor zwei Jahren gelöscht hatte. Und dass er die immer noch auf seinem Handy hatte, das ist auch so krank. Ich möchte, dass er weiß, dass er sowas nicht machen kann und dass es Konsequenzen hat.